Hallo liebe Zuschauer, willkommen wieder zurück zum Let's Play von Minecraft RBG 1.12.2. Ja, ich war jetzt einen Tag noch recht müde und kränklich und jetzt kann ich wieder öfters aufnehmen. Ja, wir sind hier im Dschungel angekommen. Platz haben wir. Karte geht auch. Das komischste ist, dass im Lightstream dann plötzlich die Karte nicht mehr ging. Da war irgendwie der Arbeitsspeicher für die Karte kaputt. Also das ist einfach für die Karte nicht den Arbeitsspeicher hatte. So. Also, ich habe ja auch einen guten Arbeitsspeicher, also fast einen besten. Aber dennoch, das Spiel tut ja so ein bisschen Arbeitsspeicher reservieren und so. Oder CPU auch. So. Oh, schon macht er. Gut. Dann kann schon jetzt passieren, dass es jetzt nicht mehr geht. Ja, wir haben ja das Dorf gefunden, dort holen wir noch den Laser dann beim Zurückgehen und das Pad im Wald. Ja, ich muss nur dorthin gehen, wo ich das im Lightstream gesehen habe. Und dann haben wir jetzt komplett ein paar Setzlinge und noch ein paar Kakobohnen. Also, heute zwei Folgen, damit ich das wieder ein bisschen aufhoben kann. Und da haben wir Boden. Ein bisschen wegmachen hier. So. Ah ja, noch einen Waypoint machen. Weil wir brauchen wahrscheinlich noch mehr vom Dschungel. Ja, gut. Ist auch relativ schnell kaputt gegangen. Wir müssen unbedingt ein anderes Material jetzt haben. Na gut, wir müssen einfach noch ein bisschen mehr leveln. Dann haben wir eigentlich verzauberte Diamantsachen. Dann geht das nicht mehr so schnell kaputt. So. Ja, ich mach hier noch mal weg. So. Gut. Noch hier. Weil die Tropen halt einfach viel zu wenig. Ähm, zwei haben wir schon. Da machen wir auch weg. So. Prima. Ich habe übrigens einen neuen Mod noch installiert. Nämlich den Arif Tools Dimension Mod. Die haben das irgendwie getrennt. Und ich habe es auch nicht so gesehen. Weil halt auch wenig beschrieben ist. Gut. Aber jetzt sollten wir eigentlich die Menschen es machen können. Jetzt müssen wir aber zuerst die Watte-Milch schaffen. Hm. Und dann irgendwann mal halt bessere Stromerzeugung machen. So. Hier unten ist noch einer. Gut. Aber der Baum hier hat gar keine genau gegeben, oder? Ja gut. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr drin. Hm. Ja, das reicht. Also wenn man sie jetzt einzeln anpflanzt, dann geben sie natürlich mehr. Hm. Gut. Ähm. Ja, hier haben wir nichts. Was ich will, sind die Ananas. Ähm. Ja, die Tropical Gardens. Als Hauskraft. Da ist einer. Gut. Schön, schön. Und dann müssen wir eigentlich nichts mehr, ja, zu dringend packen. Ach so. Violette Blumen. Hm. Die roten Blumen haben wir schon. Na gut. Kurzen Vapen machen. Habe ich noch vergessen. Aber ich will den oben. Hä. Ähm. Dschungel 1. Das ist eine gute Farbe. Eine ganz grüne bräuchten wir vielleicht noch. Hm. Gut. Also suchen wir Tropical Garden noch. Wir haben, ja, Sesam und. Was haben wir noch bekommen? Ja. recht wenig. Na. Da haben wir andere Bienenwaben noch. So. Komm bitte. Nur noch eins. Ja gut. Sind selten, hä? Gibt's mir. Schalala. 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 Bisschen. Suchen. Gott. Hm. Na, gibst du mir? So viel hier. Aber nichts, was wir gebrauchen können. Da ist noch einer. Gut. Aber. Ja, Kaffeebohnen. Ich möchte eine noch haben. Wir haben recht. Eichensetzlinge noch wegwerfen. Kiwi wenigstens. Wenigstens eine Kiwi. Ja gut. Also gehe ich wieder zurück. Sammeln wir die später dann mal ein. Wenn wir den Dschungel auch erkunden. Weiter, drüben ist noch eine einzelne Dschungelbaum. Ach ja. Hier kann man nicht so gut laufen. Schon nicht lieber. Äh, Ding haben wir genug. Kacobohne. Ja. So. Ah, okay. Wir müssen doch ein bisschen durch den Wald. Das ist ein bisschen schneller. Was ist denn das? Hm. So, hier haben wir noch ein paar Ananas. Von, äh, aktuellen Editions. Oder von Plants. Ja, von Plants. Okay. 31, ja. Hm. Es geht langsam vor. Run. Hm. Was ist denn das? Ah, ja. Also. Dann gehen wir nach Norden zum Haus. Also, ja, zum Leser im Haus. Im Dorf. So. Hm. Nochmal hin. Nochmal hin. Ja, wie ich hier gerade brauche ich jetzt. Ja. Doch. Haben wir ja gesammelt. Also wollten wir ja sammeln. In diesem Haus hat's die. Ja gut. Ja. Müssen wir halt ein bisschen kaputt machen. Okay. Hier ist der Eingang gewesen. So. Prima. Also. Dann noch, ähm. Da drin waren wir schon. japanische Gesplütensetzlinge. Okay. Ähm. Ja, wo ist jetzt dieses Haus? Da ist dieses Schmiedehaus, das gar nichts drin hatte. Da ist es. Okay. Ähm. Ich sollte doch das abbauen probieren. Ja. Es geht nicht kaputt. Also. Es kommt nichts raus. Hm. Ja gut. Es ist so schade, dass wir jetzt immerhin das Dorf messen. Hm. Aber irgendwie, es ist alles bei allem Werkzeug so. Von diesem Mod. Schon ein bisschen schade. Naja. Ja gut. Also wir kommen hier am besten dort zum, äh, zur Wiese. Also zu, ähm. Zum Forest. Zum Wald. Hier oben haben wir noch Lamos. Ja, ich denke, ich werde Lamos noch nicht züchten. In der meiste ist es auch ein bisschen schwer zum Züchten. Und es bringt nicht so viel. Hm. Weil, ähm, Kühe und Schafe sind genug schwer mit diesem Mod. Animal, ja, das ist. Tja. Na, wir haben auch nicht immer Zeit. Wir haben sehr wenig Zeit. Ähm, sind wir jetzt in die falsche Seite. Ich würde eigentlich mal kurz gucken. Ja, toll. Ist das nervig. Ja gut. Dann halt echt. So. Kurz schlafen. Wir sind da irgendwie ein bisschen zu nördlich. Was ist denn los mit dieser Map? Ist immer so ein bisschen verpackt. Also. In diese Richtung. Uh. Genau so. Genau so. Zum Dschungel. Ähm. Da sind wir ein bisschen zu weit. Weil wir haben hier alles schwarz auf der Map. Ja, wir müssen doch in diese Richtung. Ja gut. Jetzt ist es ungefähr genau beim, äh, Strahl vom Vapent. Ja, ich gehe da außen herum. Das geht besser. So, mal wieder halten, damit es nicht allzu viel Nahrung verloren geht. So. So. Also. Wir müssen das genau erreichen. Also da drüben, da haben wir auch noch mal ein Pad. Schön. Wunderbar. Also, was haben wir hier? Nun. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Wir brauchen Platz im Millimeter. Na gut. Sollen wir das markieren? Machen wir die alle so ein bisschen, äh, hellgelb? Ja, geht nicht. Ich mache das so, damit, ähm, man nach Pad suchen kann. So, damit, äh, wir das Huhn finden, wenn wir einen Huhn brauchen als Pad. Hm. Also, wir sind da ein bisschen falsch gegangen. Scheinbar. Na gut. Uh, die sind schön. Große Blüten. Das sind immer toll. Ja, da gibt es so viel Blumen. Da können wir nicht so viel mitnehmen. So, ähm, nichts hier. Ähm, hier haben wir jetzt den Wald, also, wo die Kiste ist mit der Kiste, Doppelkiste. Hier haben wir auch noch eins. Auch noch mal ein Huhn. Ja, das markiere ich jetzt nicht. Ja, komm. Markiert ist markiert. So, ich werde dann auch ein paar Wait-Points wieder ausmachen, damit das nicht so sterrend ist, überall die Punkte zu haben. Aber das kann ich dann zu Hause machen. So, irgendwo am Ende war es. Ich will jetzt mal kurz, ähm, hier noch schauen. Dort ist eins. Aber toll, dass du aufgeheizt hast zu den blöden Spielfiguren. Ein Ofenhaus, die. Äh, aber ein Diamant. Ja, dann werde ich noch, ähm, Arming, was doppelt. Ich denke, ähm, den Stock mache ich rein. Ja, komm. So, dann haben wir doch genug, ähm, markieren. Ja, Petro. So, passt genau die Farbe. Ich darf ein bisschen heller machen. Hä? Also, ich weiß, dass es da am Ende war. Also, ist es noch ein bisschen weit weg. Hm. Ich will das Pet home. Irgendwo hier war es. Es leide jetzt auch einige Zeit her, dass ich es angeschaut habe. Das ist alles so eine Sache. Man erinnert sich an einen Ort, aber, ähm, denkt sich so, ja, das finde ich. Und dann, ein, zwei Tage später, findet es man doch nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja, es hat keinen Baum hier. Da drüben ist es, nein, das ist ein Gummibäum, da können keine spawnen. Es ist nur hell gewesen, wegen dem Boppel. Ja, gut. Finde ich ein bisschen schade, dass die so gut versteckt sind. Es war hier, glaube ich. Also, ich habe mal auf dem Minimum kommen. Ich könnte einfach, hm. Wieso ist denn das immer so? Machen wir mal, äh, erweiterte Einstellungen. Schließen, ähm, Tja. Optionen, erweiterte Einstellungen, Minimap, irgendwo kann man das einstellen, aber ich weiß es leider nicht. So genau. Machen wir da auch aus. Das heißt anders, es ist nicht Höhle, es ist, ähm, hm, es ist die Map so dunkel. Ja, toll, aber man sieht trotzdem nichts. Es ist der Untergrund und ich möchte den Untergrund weg haben. Ja, so sieht man wenigstens etwas. Jetzt. Gott, oh Gott. Also, schauen wir das. Wir sind hier. Es war hier, ja, ich glaube, es war hier. Okay, gut. Müssen wir hier gar nicht suchen. Es ist noch weiter oben. Hier ist auch wieder eine, eine Kiste. Ah ja, was ist es hier? Schwamm. Das nehme ich mit. Jetzt haben wir zwar wieder weniger Platz, aber irgendwie können wir schon ein bisschen improvisieren. Sonst kann ich noch mal gehen und noch mal aus den Kisten holen. Ah, was ist jetzt ein Leck? Keine Ahnung. Junk-Probleme. Hat Java wieder Probleme, leider. Hm. Gut. Da haben wir irgendwo ein Monster noch. Die roten Punkte auf der Map sind Monster. Oh, hier haben wir noch Pfirsich. Ähm. Zwetschgen. Hm. Ja, gut. Schauen wir mal, ob wir es finden. Da ist eine. Ich denke schon. Ja, ist ein bisschen weiter oben. Hoppla. Da ist ein Ambus. Hm. Ich schädige Gegenstände im Moment. Also, ähm. Ich würde das auch markieren. So. Gut. Also, ich mache aber alle an. Äh, aus, meine ich. So. Dann sind sie nicht mehr markiert. Aber man kann sie wieder anmachen. Okay. Wo war das mit dem... Ich muss hier sein. Da ist auch nix. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Dann Fall. Aha. Da, der ist auch nix. Da ist auch klar. Da ist alles so schnell geht. So. Also. Nochmal her schauen. Es war auf der Seite. Es war auf der Seite. Es war auf der Seite dieses Ding. Also in dieser Richtung. Hm. Und das höpfe ich gar nicht. Na gut. Ah, ja. Dann nochmal schlafen. Na gut. Geht doch nicht so schnell. Oh ja. Komm. Komm noch, komm. So, gut. Es ist wahrscheinlich ein bisschen, ähm, tiefer als in diese Richtung. Das ist noch oben. Dort ist noch eins. Und das ist das eins, was wir markiert haben schon. Hm. Ne, ist noch. Eins, was wir noch nicht entdeckt haben. Ein netter Portal, heißt die. Hm. So. Oh. Ähm. Ändern. Und. So. Aber genau hier in der Nähe muss es sein. Finden wir das noch? In fünf Minuten. Sonst muss ich nochmal genau schauen. Ich bin mir so sicher, dass es hier ist, aber wenn man es dann sucht, dann ist es natürlich schwieriger. Was man denkt, oder? Ähm. Ähm. Was man denkt, oder? Hm. Schade. Ich bin mir so sicher, dass es hier im Dorf gewesen ist, oder ist es hier am Dorf gewesen? Nein, ich glaube nicht. Wir sind da irgendwie zurück und dann haben wir, kurz bevor wir dann hier zum Wald gehen. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Das sieht gut aus. Mit dem Stein da oben. Ja. Also hier ist es nicht. Gut. Gut. Also dann gehen wir da drüben hin. Dazu müssen wir, ah vielleicht hier noch. Nö. Boah ist das verwirrend. Jetzt erstmal hier und dann noch sieben bisschen. So. Wann kommt es da? Also hier sollte es sein. Ich werde dann in der nächsten Folge natürlich wissen, wo es ist. noch mal nachschauen. Oder ohne nachschauen geht es irgendwie nicht so. Also man muss es wieder kennen, das Ort. Das ist sowas von, ähm, ja schwierig da irgendwas finden zu können. In den Optionen gibt es leider auch nichts mehr, um die Blätter ein bisschen, weniger zu machen. Das gab es früher, glaube ich mal. Das ist wirklich Dinge, aber das war performancelastig, zu lastig. Das haben sie wahrscheinlich wieder rausgenommen. Ist ein bisschen schade. Ja gut. Hm. Weiß auch nichts. Na sowas, hä? Also. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.